Das antike Griechenland war die Wiege der abendländischen Kultur und die griechischen Philosophen sind die Stammväter der abendländischen Philosophie. Die antike griechische Philosophie kann in drei Perioden unterteilt werden. Die Vorsokratiker, die Blütezeit und die griechisch-römische Philosophie. Die bekanntesten Philosophen aus diesen Epochen stelle ich euch in diesem Video vor. Jeder dieser Philosophen hat mit seinen Ideen und seiner Lebensweise die westliche Philosophie nachhaltig beeinflusst. Thales von Milet Thales war Kaufmann, Politiker, Mathematiker, Astronom, Naturforscher und er gilt als der erste Philosoph der westlichen Tradition. Er sagte unter anderem die Sonnenfinsternis vom 28. Mai 585 v. Chr. richtig voraus. Thales betrachtete Wasser als das Urprinzip aller Dinge. Wenn man überlegt, dass alle Materie im Universum wenige Minuten nach dem Urknall zu ca. 90% aus Wasserstoff bestand und dass die Evolution des Lebens im Wasser begonnen hat, war diese Vermutung im Rückblick vielleicht gar nicht so schlecht. Entscheidend ist aber, dass Thales sich als einer der ersten überhaupt Gedanken darüber machte, was der Ursprung von allem ist und woraus es besteht, und zwar ohne Bezug auf die griechische Mythologie. Pythagoras Pythagoras ist wahrscheinlich den meisten bekannt durch den Satz des Pythagoras, einer der fundamentalen Sätze der Geometrie. Pythagoras war aber nicht nur Mathematiker, sondern auch Philosoph. Er glaubte an die Harmonie des Universums und die Bedeutung der Zahlen. Die Zahlen betrachtete er als das eigentlich Grundlegende, als die Bausteine der Welt. Für Pythagoras ging die Welt nicht aus einem Urstoff, sondern aus einem Urgesetz hervor. Demokrit. Demokrit war ein Zeitgenosse von Sokrates, wird aber trotzdem noch zu den Vorsokratikern gezählt, da er noch nicht von Sokrates beeinflusst war. Demokrit ist besonders bekannt für seine Atomtheorie. Er postulierte, dass alles im Universum, einschließlich der Seele, aus winzigen, unteilbaren Teilchen besteht, die er Atome nannte. Diese Idee war revolutionär und legte den Grundstein für die moderne Atomtheorie. Sokrates. Sokrates prägte die Philosophie so tiefgreifend, dass er die Blütezeit der griechischen Philosophie einläutete und alle Denker vor ihm als Vorsokratiker bezeichnet werden. Sokrates führte eine neue Methode des Philosophierens ein. Die sokratische Methode basiert auf dem Stellen von Fragen, um so die eigenen Annahmen und die Annahmen der Gesprächspartner genauestens zu hinterfragen. Und zwar konsequent, wie ein Kind, das immer weiter warum fragt, bis man am Ende alles hinterfragt, was man je zu wissen glaubte. Auf diesem kritischen Denken basiert auch sein berühmter Ausspruch, ich weiß, dass ich nicht weiß. Wahre Weisheit besteht für Sokrates darin, sich der eigenen Unwissenheit bewusst zu sein und ständig nach Erkenntnis zu streben. Er hatte eine große Anhängerschaft, aber er war auch kontrovers. Es kam sogar zum Gerichtsprozess, weil er die Jugend dazu anregte, die traditionellen Überzeugungen und Autoritäten in Frage zu stellen. Im Gerichtsprozess erklärte er, dass er eher sterben würde, als seine Philosophie aufzugeben. Somit wurde Sokrates schuldig gesprochen und zum Tode verurteilt. Sokrates' Tod durch den Schirlingsbecher machte ihn zu einem Märtyrer für die Freiheit des Denkens und der philosophischen Wahrheitssuche. Sokrates selbst hinterließ übrigens keine schriftlichen Werke. Unser Wissen über ihn stammt hauptsächlich aus den Schriften seines Schülers Platon. Platon war ein Schüler von Sokrates und er gründete die Akademie in Athen, eine der ersten Institutionen für höhere Bildung. Er schrieb zahlreiche Dialoge, in denen er oft Sokrates als Hauptfigur einsetzte. Ein solch umfangreiches und der Nachwelt erhalten gebliebenes philosophisches System hat vor ihm kein anderer Mensch geschaffen. Der wichtigste Teil der Philosophie von Platon ist die Ideenlehre. Demnach sind die von uns wahrgenommenen materiellen Dinge nur Schatten der ewigen Ideen. Was wir wahrnehmen, sind also nur Abbilder, denen keine wahre Wirklichkeit zukommt. Eine Idee ist bei Platon etwas anderes, als in der Umgangssprache darunter verstanden wird. Eine Idee ist eine perfekte und ewige Form, die unabhängig von der materiellen Welt existiert. Das Höhlengleichnis ist eine berühmte Metapher von Platon, die seine Ideenlehre veranschaulichen soll. Stell dir vor, es gibt eine Gruppe von Menschen, die ihr ganzes Leben lang in einer dunklen Höhle gefangen sind. Sie sind an den Beinen und am Hals gefesselt, sodass sie nur die Höhlenwand vor sich sehen können. Hinter ihnen brennt ein Feuer und zwischen dem Feuer und den Gefangenen werden Figuren und Objekte vorbeigetragen. Die Gefangenen sehen nur die Schatten dieser Objekte, die an die Wand geworfen werden. Für die Gefangenen sind diese Schatten die einzige Realität, die sie kennen. Sie haben keine Ahnung, dass es eine Welt außerhalb der Höhle gibt. Platon wollte mit diesem Gleichnis zeigen, dass die sichtbare Welt nur ein Abbild der wahren, unsichtbaren Welt der Ideen ist. Aristoteles war ein Schüler Platons und der Lehrer von Alexander dem Großen. Er ist bekannt für seine empirische Herangehensweise und systematische Kategorisierung von Wissen. Die empirische Forschung, die Sammlung und Beschreibung der Tatsachen hatte keiner vor ihm in diesem Umfang betrieben. Aristoteles hat die Logik als eigenständige Wissenschaft begründet. Auch für viele Naturwissenschaften wird er als Gründer genannt. Seine Wirkung auf die Nachwelt ist in diesem Sinne wahrscheinlich noch größer als die von Platon. Auf Aristoteles geht außerdem der Begriff Metaphysik zurück, ebenso wie auch die Äther-Theorie. Der Äther als ein absolutes Bezugssystem für Bewegung. Später wurde er auch als Medium für die Ausbreitung von Licht postuliert. Dieser Gedanke lebte in der Physik bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts fort und wurde erst von Einstein widerlegt. Diogenes Diogenes von Sinope war der bekannteste Vertreter der kynischen Philosophie. Die Kyniker betonten Einfachheit und Naturverbundenheit. Diogenes lebte sehr asketisch und soll in einem Fass gewohnt haben. Er ist bekannt für seine scharfe Kritik an gesellschaftlichen Normen und seine Betonung der Selbstgenügsamkeit. Es gibt eine bekannte Anekdote mit Diogenes und Alexander dem Großen. Alexander trat eines Tages an Diogenes heran, der in seinem Fass lag und fragte ihn, ob er irgendetwas für ihn tun könne. Darauf antwortete Diogenes, ja, geh mir aus der Sonne. Alexander war nicht über diese Respektlosigkeit erzürend. Er soll sogar gesagt haben, wäre ich nicht Alexander, ich wollte Diogenes sein. Die Kyniker propagierten Bedürfnislosigkeit, aber auch Gleichgültigkeit gegenüber Kunst, Wissenschaft und der herrschenden Moral. Praktiziert wurde Egoismus, Derbheit und Schamlosigkeit. Von hier stammt auch der Begriff Zyniker. Die Kyniker waren so etwas wie die Punks der Antike. Zenon von Ketion Zenon studierte bei verschiedenen Philosophen, unter anderem auch die Kyniker, und gründete dann seine eigene Schule, die Stoa. Zenon war somit der Begründer der stoischen Philosophie. Die stoische Philosophie beinhaltet auch Logik und Physik. Der wichtigste Teil ist jedoch die Ethik. Die Stoa betont die Bedeutung der Tugend und der inneren Gelassenheit, die durch das Leben im Einklang mit der Natur und der Vernunft erreicht werden kann. Tugendhaftes Leben bedeutet weise, gerecht, mutig und maßvoll zu sein. Man sollte sich nicht von äußeren Ereignissen beeinflussen lassen, da diese außerhalb unserer Kontrolle liegen. Was zählt, ist unsere Reaktion auf diese Ereignisse. Und diese Reaktion können wir durch unsere innere Haltung und Vernunft steuern. Dies wird oft als stoische Gelassenheit bezeichnet. Die Stoiker glaubten außerdem, dass Menschen als rationale Wesen miteinander verbunden sind und eine Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft haben. Ein tugendhaftes Leben schließt daher auch den Dienst am Gemeinwohl ein. Die Stoiker waren damit auch die Ersten, die einen umfassenden Humanitätsgedanken vertreten haben. Epikur Auch bei Epikur stellt die Ethik den wichtigsten Teil seiner Philosophie dar. Epikur lehrte, dass das höchste Ziel des Lebens das Streben nach Glück und die Vermeidung von Schmerz ist. Epikur wird oft mit dem Hedonismus in Verbindung gebracht. Im Hedonismus wird das Streben nach Lust als höchstes Gut betrachtet. Allerdings verstand Epikur Lust nicht als exzessives Vergnügen, sondern als Zustand der inneren Ruhe und des Gleichgewichts. Die grundlegenden Dinge, die für ein glückliches Leben notwendig sind, sind laut Epikur einfach zu erreichen. Nahrung, Wasser, Unterkunft, Freundschaft und philosophische Reflexion. Darauf sollten wir uns konzentrieren. Nicht auf die Wünsche nach Reichtum, Macht oder Ruhm. Er riet also dazu, sich auf das Wesentliche zu konzentrieren und Exzesse zu vermeiden. Tugendhaftes Verhalten wird als Mittel gesehen, um ein glückliches und friedliches Leben zu erreichen. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welche Philosophen und welche Gedanken euer Interesse besonders geweckt haben. Dazu mache ich dann gerne nochmal ein ausführliches Video. Und abonniert natürlich auf jeden Fall meinen Kanal, um dieses Video dann nicht zu verpassen. Ich wünsche euch noch einen tollen Tag und ein wunderbares Jetzt.